Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video klären wir einen betriebswirtschaftlichen Fachbegriff, nämlich die GAP-Analyse. Was ist GAP? GAP ist nichts anderes als Lücke. Das heißt, GAP-Analyse ist Lückenanalyse. Klingt bloß nicht so schlau, deswegen benutzen wir englische Ausdrücke, das klingt immer schlauer. Was ist eine GAP-Analyse? Hier ist die Zeit und hier ist zum Beispiel unser Umsatz und wir haben jetzt zum Beispiel einen Plan, der sagt, der Umsatz muss zu diesem Zeitpunkt hier sein. Das ist unser Plan. Und wir stellen fest, unser tatsächlicher Umsatz ist bis hier planmäßig gelaufen und jetzt liegt er aber hier. Das ist unser Ist. Dann haben wir zwischen Plan und Ist eine Lücke. Und diese Lücke nennen wir auf Neudeutsch GAP. Und GAP-Analyse bedeutet die Frage zu stellen, warum? Warum? Wir analysieren. Analysieren heißt zerlegen. Wir zerlegen, um zu erkennen. Das heißt, GAP-Analyse ist die Frage, warum habe ich meine Planzahlen nicht erreicht? Warum bin ich unter Plan? GAP-Analyse macht man nicht, wenn man den Plan übererfüllt, sondern wenn man drunter liegt. Was sind die Gründe, warum habe ich meinen Plan nicht erreicht? Waren die Planzahlen unrealistisch? Sind die Maßnahmen nicht umgesetzt worden, die geplant waren? Sind sie nicht richtig umgesetzt worden? Sind Dinge anders gelaufen als geplant? Das sind alles Antworten auf die Frage, warum? Und das ist die GAP-Analyse. Das war es schon wieder. Wenn Sie mehr wollen, schauen Sie spaßlern-denk-shop.de, komplette Video-Coachings, ausgefeilte Lernsysteme, die Sie aus Verwirrungszuständen in Klarheit führen, die Ihnen erheblich Zeit sparen. Effizientes Lernen ist mein Spezialgebiet. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Das war es schon wieder.